Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier im Kanal ScorpinPlace, Leute, das haben sich so viele Leute im Stream gewünscht, beziehungsweise nicht nur das, sondern Leute, es ist einfach zu, zu krass, was jetzt passieren wird, Leute. Und zwar reagiere ich jetzt auf mein allererstes Treffen auf Solution. Ich muss euch die Story kurz dazu erzählen. Das hier ist ein Clip auf Twitch, Leute. Ich habe nämlich ja schon ganz früh, das wissen ja die meisten, auch schon auf Twitch gestreamt. Dieser Clip ist vom 18. Dezember 2012. Da habe ich ihn geklippt, aber das ganze Ding weiß ich noch, was am 10. passiert. Am 10. Dezember 2012, also fast sechs Jahre her. Das ist für mich gerade ein so krasser Moment, das anzuschauen, Leute. Vor fast sechs Jahren habe ich diesen Stream gemacht. Und mitten im Stream ging es dann darum, ich suche die Stelle mal ein bisschen raus, würde ich sagen. Hört einfach mal, wie ich da spreche. Da war Black Ops 2 seit einem Monat draußen. Hört mal bitte, wie das anfängt. Ganz andere Stimme, ganz anderer Mensch, Alter. Der Livestream ist jetzt an. Wir haben alle heute richtig fun. Spannend. Also, das war im Übrigen mein Kollege Dave, der war früher immer am Start. Natürlich direkt mit einem kleinen Freestyle angefangen. Und als ob das jetzt hier, das ist doch nicht der Chat jetzt dafür, oder? Das ist safe für ein anderer Chat, oder? Ja, das ist niemals, also diesen Rechat gibt es niemals für den Stream von vor sechs Jahren. Das wäre natürlich noch nicer. Alter, das ist so krass, man. Da war ich 18 bei diesem Stream hier. 18. Und Raptor ist auch schon dabei, der, mit dem ich jetzt immer noch befreundet bin. Das ist so crazy. Wir haben schon zwei Viewer. Wir haben schon zwei Viewer, beste Leben, Digga. Auch wie die Lobbys da aussehen, oh Gott. Bin fast drin. Ja, das sagt auch immer Marcel Zwarte. Okay, Marcel, du Missgeburt, heißt das. Mann, das ist dieser kleine Kinderhumor noch so voll heftig, Digga. Es wird auf jeden Fall gleich sehr, 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 sehr cringy, Leute. Da sage ich euch jetzt schon mal direkt gescheit. Heißt du Trichter? Boah, Gott, das ist ja voll unlustig. Ich schäme mich gerade. Natürlich, ich bin auch ein Trichter. Keine Sorge, den hier nehme ich erstmal mit. Ja, eine S-Mine. Oh, Gott. Digga, der Zoom war irgendwie voll weird, Digga. Warum habe ich da so einen scheiß Zoom gehabt? Gott, ich habe so scheiße gespielt. Das war noch bevor ich getryhardet habe. Oh, eine Drohne. Das ist doch gar kein Ding. Gar kein Ding, Digga. Gar kein Problem. Oh, Gott, das war noch so, das war noch bevor ich so getry, das war doch so absolut bevor ich diese Tryhard-er-Phase mit Anton hatte. Das war so, da habe ich nicht mal, guck mal, meine Streaks, da habe ich, okay, sieht man gerade nicht, da habe ich einen Blitzschlag erreicht als maximal, Digga. Oh, Gott. Nasenbluten-Deluxe, Digga. Das ist so krass, ich habe damals schon dieselben Lieder gesummt, die ich jetzt auch noch summe. Das ist so krass, man denkt immer, man war so ganz anders. Ihr müsst euch mal von euch selber, wenn ihr irgendwas habt, Aufnahmen von früher anschauen. Man ist irgendwie immer noch derselbe. Nuklear-Hust-Hust. Schreibt schieb. Ja, pass mal auf, Leute, das ist gleich da, ich habe hier gleich schon die 15er-Streak. Da hatte ich noch keine Nuklear, Leute, das ist so lustig. Wollt ihr das längste Wort Deutschlands-Sinn-Bau? Ihr, gnadenlos habe ich schon, Leute, gnadenlos habe ich schon. Nuklear-Incoming, Alter. Macht mal eine Gant. Oh, da habe ich die AN schon gespielt, Digga. Okay, Nuklear-Incoming, guck mal, wie ich sterbe. Wie viel brauchst du noch? Äh, 17 Kills oder so. Ja, Easy-Kill hier. Oh, der holt mich. Ich sterbe, nein, scheiße. Also da, genau, zuletzt hatte ich so, also den Stream haben so circa 30 Leute geschaut. Also das muss man sich mal so unterm Strich vorstellen, 30 Menschen haben das geschaut. Okay, wir gehen jetzt halt zu der Stelle mit Solution, Leute. Da haben wir ihn irgendwann, haben wir gesagt, ey, ganz ehrlich, lass mal Solution anschreiben, ob er kommt zu Just Upon. Das war mir damals aber irgendwie peinlich, weil ich wollte da auch nicht so rüberkommen. Ich war krass aufgeregt. Und danach war das so richtig so, oh mein Gott, das ist wirklich passiert. Solution, ich war so ein Fanboy, das ist krank. Warte, vielleicht hat man das hier irgendwo. Ich habe so oft cool gemacht. Ey, Maaahn. Es ist so unfair, Maaahn. So hat man früher wirklich geflamed. Spitzig da gerade wirklich so? Oder war das Gameplay aus dem Kinomodus? Jo, ich bin jetzt auch weg, ne? Muss ich grad überlegen. Jo, ich denke, man hört sich dann... Boah, die Legende hier! Will einer von euch, dass MarciXD mit reinkommt in den Stream? Oh Gott, MarciXD, Digga. Der hat auch 10.000 Abos gehabt und ich dachte, er ist Gott. Ich hatte 1.000 Abos zu dem Zeitpunkt hier. Okay, wir spielen jetzt zu der Stelle. Ich weiß nicht mehr, dass wir... Wir finden's glaub ich nicht mehr, dass er herkommen wird. Er stimmt einfach trotzdem. Ich ja auch! Es gibt's nicht, man! Der geht aufs Dach! Wieso sterbe ich da? Classic, man. Das ist zu geil, ey! Niklas auch am Start. Ach, Mann! Digga, wenn wir zusammen immer ausgerastet. Wenn Drusted Matt vom Tom auch gekillt wurde. Oh, Epic, Alter. Wenn wir beide einen Stream machen, ey. Epic, Alter, what the heck. Und jetzt war's. Jetzt wussten wir organisieren, dass zu lustig irgendwie diesen Skype-Call kommt. Und ich dachte so, er hat 70.000 Abos. Er ist locker der beschäftigste Mann der Welt und so, Digga. Ach, das war... Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, das anzuschauen, muss ich ehrlich sagen. Mir ist ein bisschen unangenehm, egal. Okay, jetzt ist der Skype-Call zustande gekommen. Und ich hab versucht so cool zu bleiben, wie es geht, obwohl ich so aufgeregt war. Oh, fuck. Da hab ich sogar den anderen Skype-Call kurz abgebrochen, aber hab dann die Jungs danach noch reingezogen. Digga, scheiße, Mann. Jetzt geht er dran. Ja, der Boss, was geht ab. Ja, der Boss, was geht ab, sagt er, Digga. Es hat sich einfach nichts verändert. Aber ich bin... Fuck, Digga, okay. Ich hätte niemals gedacht, dass das funktioniert. Ach, ich auch nicht. Ich hatte gerade irgendwie Langeweile. Ja, musste ja. Guck mal, er hat das alles für dich auch nicht gedacht, Digga, natürlich. Sonst wirst du doch nicht auf so eine Scheiße noch nicht einlassen. Oh, ich wär so aufgerückt. Nein! Digga. Ich hab mich ja schon mehrfach versucht bei dir einzuschleimen, aber da hast du mir nie geantwortet. Aber wenigstens ehrlich. Die Art hab ich schon. Ah, sorry, ich bekomm richtig viele Nachrichten. Ich hab... Ich weiß genau, es ist nicht. Mit 70.000 auskriegt man überhaupt nicht viele Nachrichten. Also zumindest war es damals nicht so. Irgendwie... Wie viele Nachrichten waren das? Zehn Stück bekommen oder so? Und da dachte ich mir... Ja, schaust grad vorbei. Ja, guck, es war so... Als ich, ähm... Hier... Als ich dich schon mal angeschrieben hab, hab ich dich auch im Livestream mal gefragt bei Patpat, wie viele Fragen du am Tag kriegst. Da hast du gesagt, du kriegst nur Zehn und du hasst dich immer selbst, wenn du nicht antwortest. Und ich dachte, du hasst dich dann auch mal selbst. Ich antworte was noch nicht, ehrlich. Das ist nicht schlimm. Das ist so... Oh Gott. Wie ich sie einfach jetzt alle rausgeschmissen hab aus der Skype-Konfi hier. Ich bin einfach ein richtiger Assi. Ja, ich zieh sie jetzt auch wieder rein. Das war nur so kleiner Spaß. Einfach, Mann, das ist so crazy. Ich war so aufgeregt, Digga. Man muss dazu auch sagen... Solution hatte davor... Oder dann... Ne, danach hat er mal irgendein Video von mir geliked und hat mir 1000 Abos gebracht. Das stimmt, das war danach erst. Das heißt, ohne dieses hier wärst du vielleicht gar nicht dazu gekommen, Alter. Das ist crazy shit, Mann. Alle versuchen jetzt cool zu bleiben. Damals war es was voll besonderes für uns alle. Und wie findest du Black Ops so? Ich mein, ich guck ja alle deine Videos und weiß... Was ist eigentlich, aber... Keine Ahnung, Alter. Ich find's auch nicht ganz geil. So... Voll... Eben 5x100 plus gefailed wieder, ey. Ich bekomm heute eine Nachricht. Lebst du das? 74,3 hoch. War in deiner Lobby. Aha. Beat the Boss. Ja. Solution übrigens. Mhm. Dachchen. Aber wie er sich auch selber geil gefühlt hat. Mhm. Tachchen. Alle waren so aufgeregt. Jetzt rufen sie aber alle an, hier. Jetzt wollen sie alle mit rein. Jetzt weiß ich wie das ist, Mann. Achja, und Gandalf hieß ja X de Gandalf. Und Solution hieß X de Solution. Also ich muss sagen, ich hab noch nie so gelacht beim nachkommentierten Video, wie bei dem, wo du gesagt hast, dass sich das Spiel zu weiß gut bringt. Ohhhhhhhhhh. Ohhhh. 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 No homo. Das war bei euch, gell. Ja, aber gut, dass ich da Backup von Dave bekomme. Also wenn ich live spiele, dann weine ich halt auch häufiger mal, ne? Ja, ist mir jetzt auch so. Ich schreie nicht mehr rum, ich weine eher. Ja, ich weine auch. Das ist einfach entspannender. Kann man gar nicht so beschreiben. Ist das nicht mehr so ein leises Wimmern? Ohhhh. Du haste das mal um. Ich muss schwulen. Ich habe gestern das erste Haus gekaut. Ja genau, da war 1000 Subs, Digga. Das war 1000 Subs und dann ging es darum, verdient man damit schon Geld. Hey, du verdienst doch locker eine Million im Monat. Du müsstest doch eigentlich das Spiel locker kaufen können. Damals dachte ich, wenn 70.000 Abos verdient man viel Geld, aber wenn man nicht so viele Klicks hat, dann ist es halt auch nicht viel. Du kannst mit 70.000 Abos auch nur 100 Euro im Monat verdienen. Wie war dein? Ohhhh. Oh, ich bin so ein Fan, Digga. Ja genau, ich sage das. Ich kam mir gerade auf. Ey, wenn das hier weiter so lag, ne. Ne, ich spiele 2 für alle. Oh, jetzt ist es. Och man, wie sie jetzt halt campen! Ne, klatsch. Der Kampfstart hier für euch, Digga. Oh man. Es ist einfach 6 Jahre her, Digga. Oh man kommt rein, direkt ist die Verbindung unterbrochen. Die MP7 geht 5 mal nach, das finde ich geil. Mann, meine Stimme Digga. Stirb mal du Hurenso. Ohhhh. Ohhhh. Let's go. Und dann ne Schockladung, ne. Diese scheiß Schockladung. Ich wollte mich dann auch künstlich ein bisschen mehr aufregen. Um ihm zu gefallen. Wenn ich jetzt noch einmal durch diese dreckige Remington sterbe, dann breche ich meinen Controller durch. Oh man. So. Schon wieder mal als Hurenso'n Spassi, dummes Arschlo. Oh man. Ist das echt lustig, Digga. Fuck. Mann, es war einfach krasse Zeit, man. Da war jeder... Es ist krass, man. Ohne Scheiß, Digga. Du kanntest da jeden Zuschauer auswendig, man. Du wusstest, wer die alle sind und so. Weil du halt nur 30 hattest. Als Danny drin war, hatte ich immer noch 30 Zuschauer. Das hat sich nichts geändert. Wir haben jetzt da mal eben so ausgesprochen. Wir sind so keine besten Freunde oder so. Und wir kommen halbwegs miteinander, klar. Ah, Ellochicks und er. Stimmt. Ich wünsche mir 10 Minuten mit Solution in der Konfi zu Weihnachten. Bitte, wir sterben noch eh am 21.12. Ach ja, da war dieses Weltuntergangsthema noch. Mann, wer das noch weiß, ey. Noch so ne. Ja. Können wir eigentlich machen. Soll ich dir meine Bankdaten durchgeben? Meins absolut ernst zu mir überlegen. Ich war so unter Spannung, Leute. Wie so ein Spannungswerk. Wie Meltdown, die Map hier. Das passt gut. Vielleicht könnte es dazu kommen, dass man im Hintergrund nur noch meinen Controller fliegen hört. Niklas, Digga. Hoffentlich. Die Leute bezahlen schließlich wenig zu viel. Da haben noch alle COD gespielt, Mann. Das war so geil, Digga. Ich darf den nicht werfen. Das ist mein letzter Moment. Das war so geil, Mann. Also Leute, um solche legendären Momente nicht zu verpassen, natürlich einschalten und folgen, Leute. Und jetzt wird Niklas schreien. Oh, Mann. Ja. Was los? Hast du gerade einen Schwarm geschaut? Eine Schwarm? Er sitzt einfach in der Ecke, Mann. Wie kann man nur so ne Missgeburt sein, Alter. Sunnyman7, diese Missgeburt. Ah, ich liebe das hier, ey. Alle ragen nur, Digga. Da habe ich noch nicht Digga gesagt, im Übrigen. Das Wort gab's in meinem Wortschatz noch nicht. Wenn ich jetzt noch einmal durch Sunnyman7 sterbe! Ach, mit deiner Storpgenehmung. Sunnyman7, Alter. Also Leute, checkt auf jeden Fall mal Twitch ab und guckt euch das Video selber nochmal in voller Länge an, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich denke mal, auf die wichtige Sachen habe ich reagiert, Alter. Es war crazy, Mann. Lasst im Video gerne einen Like, da würde ich mich freuen. Checkt auf jeden Fall. Wie gesagt, Twitch würde ich mich über ein Follow freuen. Danke fürs dabei sein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es hier wieder heißt, Marcel. Zoomscope. Ich bin gleich am Start für euch. Haut rein, bis dahin. Und tschau, tschau.